In der Geschichte gibt es manchmal erstaunliche Parallelen, wo man sich auf den ersten Blick dann denkt, es ist schon eigenartig, dass immer wieder so ein Blödsinn passiert. Muss ja nicht immer tragisch sein, was in der Geschichte passiert, manchmal ist es auch ein wirklicher Blödsinn. Und solche Parallelen sind manchmal aber auch ganz lehrreich in Bezug auf die Zeit, in der sie passieren. Also man lernt was über die Zeit, in der sie passieren, ohne dass man da jetzt zu viel hineininterpretieren muss. Da nehme ich jetzt mal ein Ereignis aus der jüngeren Geschichte, das hat jeder mitbekommen, es wurde gemeldet, dass die Reichsbürger unter Führung von Prinz Heinrich XIII. von und zu Reuss, weiß ich jetzt gar nicht mehr auswendig, oder wie der heißt, die wollten jedenfalls einen Umsturz in Deutschland herbeiführen, die Regierung stürzen mit einem Putsch. Und jetzt ist uns natürlich allen klar, das ist völliger Blödsinn, das war eine Werbeaktion, die Presse war lange vorher informiert. Es war nie irgendein Putsch geplant, weil dafür braucht man es Militär. Das wissen auch jüngere Zeitgenossen spätestens aus der Geschichte in der Ukraine, wo es ja einen Putsch gab 2014. Allerdings noch keine reguläre Armee, die hat die NATO dann erst daraufhin aufgebaut. Aber es gab halt diese Nazi-Bataillone, die dann diesen Putsch übernommen haben in Deutschland. Bei diesem Reichsbürger-Putsch war derartiges weder organisiert noch auch geplant, sondern da ging es halt um eine reine Einschüchterungsaktion, dass Regimegegnern klar gemacht werden sollte, jetzt reißt euch zusammen, weil sonst geht es euch so wie diesen Reichsbürgern mit ihrem komischen Prinzen da. Das ist soweit die Geschichte, aber wenn man sich ein bisschen näher mit diesem Herrn Heinrich da, dem Prinz Heinrich XIII. befasst, dann kommen da ein paar lustige Details ans Licht. Also dieser Heinrich ist ein echter Reichsbürger, das heißt, er hängt der Theorie an, dass Deutschland nicht unabhängig ist, was man jetzt soweit noch unterschreiben könnte, weil Deutschland ganz sicher nicht unabhängige Entscheidungen zum Beispiel in militärischer Hinsicht treffen kann und auch in anderer Hinsicht Befehlsempfänger oder Vasallenstaat ist, wie immer man das dann deutet. Der Prinz Heinrich, der führt es darauf zurück, dass es keinen Friedensvertrag gab oder gibt seit dem Zweiten Weltkrieg und dass Deutschland keine Verfassung hat, weil eine Verfassung in einer Volksabstimmung beschlossen werden muss. Und er sagt jetzt, der Umsturz 1919, die Revolution, das war also ein Umsturz und die Weimarer Verfassung und auch das Grundgesetz wurde dann nie in Volksabstimmung angenommen. Und irgendwie heißt es dann, also ist Deutschland immer noch in dem Zustand, in dem es praktisch unter Kaiser Wilhelm war. So habe ich das verstanden. Das ist historisch betrachtet blödsinniger Unsinn natürlich. Juristisch kann ich es nicht beurteilen, weil ich kein Jurist bin. Aber historisch muss man sagen, ja, natürlich ist die Verfassung jetzt zum Beispiel nach dem Zweiten Weltkrieg nicht in der Volksabstimmung angenommen worden, auch 1990 nicht. Und dann kann man den Standpunkt vertreten, dann ist es keine richtige Verfassung. Muss man aber nicht, weil es gibt ja schließlich keine Weltregierung oder ein Weltgericht, das jetzt sagen würde, Freunde, wir haben hier ein Weltgesetz und da steht drin, wie eine Verfassung angenommen werden muss. Also da kann man sicher drüber streiten. Aber jedenfalls ist das die Einstellung eines Reichsbürgers und damit ist der Herr Prinz ein Reichsbürger. Jetzt fragt man mal weiter, was will der dann eigentlich? Also der will keinen Putsch, der will auch keinen Umsturz, sondern nach dem, was er selber so getan und gesagt hat, möchte er halt eine Verfassung, die danach gilt und einen Friedensvertrag mit den Siegermächten des Zweiten Weltkriegs herbeiführen, aufgrund dessen dann Deutschland souverän werden kann, wie auch immer, bei ihm vielleicht dann als Kaiserreich, mit ihm als Kaiser. Und offenbar ist es so, dass der tatsächlich mal in die USA dann gereist ist und dort Gespräche mit Vertretern der Regierung von diesem Trump geführt hat. Ich weiß jetzt nicht genau wann, ob der Trump dann noch Präsident war oder ob er sich schon darauf vorbereitet hat, wieder Präsident zu werden. Jedenfalls hat der Prinz Heinrich da offenbar Gespräche geführt, wie können wir denn einen Friedensvertrag herbeiführen, damit Deutschland dann unabhängig werden kann. Das hat natürlich in den USA keine Gegenliebe gefunden, weil die USA kein Interesse daran haben, Deutschland in die Unabhängigkeit zu entlassen. Da wären es ja blöd. Ich meine, eines der Hauptziele der US-amerikanischen Politik ist, Deutschland eben nicht unabhängig werden zu lassen. Also jedenfalls war der Prinz Heinrich da nicht erfolgreich. Wahrscheinlich hat selbst ein Trottel wie Trump auch kapiert, dass das jetzt kein offizieller Vertreter einer zukünftigen deutschen Regierung ist. Egal. Kein Erfolg. Dann hat der Prinz sich gedacht, na gut, dann fangen wir auf der anderen Seite an und hat Kontakte zu Russland geknüpft. Er war auch mit der Russin verheiratet. Das erleichtert das vielleicht ein bisschen, zumindest sprachlich. Und hat jetzt mal so in Moskau anfragen lassen, wie wäre das eigentlich so, einen Friedensvertrag schließen und dann Deutschland souverän. Da weiß man nicht viel drüber, über diese Gespräche oder Gesprächsversuche. Es ist aber halt so, dass möglicherweise die russische Regierung jetzt nicht abgeneigt gewesen wäre, einen Friedensvertrag zu schließen. Das aber in Moskau eben nicht wie im Westen die regelbasierte Ordnung gilt, die man sich je nachdem so zurecht basteln kann, wie man es gerade braucht, sondern da hält man sich ans Völkerrecht meistens. Und das Völkerrecht sagt, in innere Angelegenheiten anderer Staaten darf man sich nicht einmischen. Offenbar war auch den Russen dieser Herr Prinz ein bisschen suspekt, weil irgendwann haben die den Kontakt so abgebrochen, dass einfach keine Antwort mehr kam. Und da hat man dann offenbar auch erwartet, dass der Herr Prinz da das jetzt einsieht und einmal mit seinem Blödsinn aufhört. Ja, wie es dann weitergegangen ist, wissen wir, dann ist der Herr Prinz verhaftet worden wegen diesem Umsturzplan, diesem angeblichen. Und jetzt sitzt er wahrscheinlich noch in Untersuchungshaft, ich weiß das jetzt gar nicht genau, aber das ist so die Geschichte bis dahin. Also da ist ein Prinz, der hält sich für einen potenziellen Kaiser von Deutschland und möchte einen Friedensvertrag mit den USA und Russland herbeiführen. Ist ein bisschen eine skurrile, aber irgendwie auch, naja, nicht weiter wichtige Geschichte, bei der mir aber dann spontan eine andere Geschichte eingefallen ist, nämlich von einem deutschen Verleger, Axel Cäsar Springer, der unter anderem die Bild-Zeitung gegründet hat. Und der ist im Januar 1958 nach Moskau gefahren, damals um einen Friedensvertrag und eine deutsche Wiedervereinigung herbeizuführen. Da muss man jetzt für die Jüngeren vielleicht dazu sagen, es gab einmal nach dem Zweiten Weltkrieg zwei Deutschland oder Deutschländer, nämlich die DDR und die BRD. Und so wie wir heute in einer Zeit leben, wo Deutschland, also jetzt als Nachfolger des ehemaligen Westdeutschlands, BRD, das ganze Deutschland, einen Krieg gegen Russland führt oder zumindest beteiligt daran ist und einen großen Krieg gegen Russland, also direkt NATO-Deutschland gegen Russland, zumindest vorbereitet oder auf jeden Fall keinesfalls verhindern will. Dann fragen wir uns doch mal, was war denn damals eigentlich? Damals war es so, da haben auch relativ viele Faschisten und alte Nazis in Deutschland mitregiert oder regiert kann man auch sagen und da wurde auch ein Krieg gegen Russland, vielmehr die Sowjetunion damals noch als gesamter Ostblock praktisch mit Russland als Zentrum vorbereitet und da sollte ebenso unter Führung der USA dann mit Beteiligung von Deutschland geführt werden. Dann gibt es zum Beispiel auch so weltanschauliche Zitate, die sich durchaus anhören, wie wenn heute der Herr Hofreiter oder andere Grüne sprechen, zum Beispiel von einem Bonner Minister mit dem Namen Oberländer, berüchtigter Nazi-Verbrecher übrigens, der 1954 Folgendes gesagt hat. Unsere gemeinsame große Aufgabe ist heute der Osten. Es gilt die Aufgabe zu lösen, das Abendland wieder nach dem Osten zu tragen. Es gilt Menschen zu erziehen, die kolonisatorische Fähigkeiten haben. Man darf nicht von der Rückkehr träumen, sondern man muss die Rückkehr planen. Naja, vorher 1953 hat ein anderer Minister, der Herr Hellwege von der Deutschen Partei, die damals übrigens in einer Wahlvereinigung mit der NPD zur Bundestagswahl antreten wollte, was die Briten als Besatzungsmacht dann verboten haben. Aber dieser Herr Hellwege jedenfalls war auch Minister unter Adenauer und hat 1953 Folgendes gesagt. Deutschland war immer ein Bollwerk gegen Asien. Da denkt man natürlich an Herrn Habeck und seine neueste Idee, man muss sich unabhängig von China machen. Egal. Deutschland war immer ein Bollwerk gegen Asien. Die Stunde höchster Bewährung ist gekommen. Damit wir sie bestehen können, brauchen wir den starken Arm einer Wehrkraft. Da ging es um die Wiedereinführung der Wehrmacht, also im Sinne der Bundeswehr dann in Westdeutschland. 1951 hat er schon gesagt, also sechs Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg. Keine deutsche Regierung kann an der Pflicht zur Rückgewinnung Ostdeutschlands vorübergehen. Und schon 1951 haben ehemalige Generale der Hitlerregierung, also der vorherigen Regierung, nur sechs Jahre nach dem Krieg, den sie verloren haben, zumindest militärisch, über die Pläne für eine Wiederbewaffnung Deutschlands Folgendes gesagt. Die hießen übrigens Blumentritt, Mann, Teufel und Hansel. Und die haben 1951 Folgendes gesagt zur Wiederbewaffnung Deutschlands. Eine reine Verteidigung ist lächerlich. Die Verteidigung Europas kann nur mit einem Offensivkrieg durchgeführt werden. 1958 dann, als der Herr Springer nach Moskau geflogen ist, um dort über einen Friedensvertrag und eine Wiedervereinigung zu sprechen, ohne irgendeinen offiziellen Auftrag natürlich, war Deutschland in einer ähnlichen Situation wie heute, zumindest Westdeutschland. Es wurde ein Krieg gegen den Osten, gegen die Sowjetunion und gegen Russland vorbereitet, teilweise als Kalter Krieg schon geführt. Und jetzt fliegt der Herr Springer da nach Moskau und verhandelt. Er hat tatsächlich mit Khrushchev, dem damaligen Staats- und Parteichef, dann auch gesprochen, allerdings ohne Erfolg. Also Khrushchev hat, ohne dass ich das jetzt wörtlich belegen kann, wohl auch kapiert, dass der Herr Springer hier nicht als Vertreter einer Regierung kommt. Er hat dann ein bisschen mit ihm geplaudert, hat gesagt, über Berlin sind wir uns noch einig, aber die westdeutsche Regierung muss dann auch dies und das tun. Es war nichts. Nun weiß ich nicht, ob der Herr Springer streng genommen ein Reichsbürger war. Er war zertifizierter Nationalsozialist, antisemitischer Propagandist auch, das ist alles nachweisbar. Er hat sich unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg dann in einen dieser vielen Demokraten verwandelt, in die sich damals ein großer Teil der Nazis verwandelt haben, wobei viele natürlich mit dem Herzen Nazis geblieben sind, unter anderem auch die späteren Gründer dann der Grünen Partei. Aber jedenfalls war er nicht streng genommen ein Reichsbürger vielleicht. Und trotzdem hat er im Grunde genau das Gleiche oder zumindest etwas Ähnliches im Schilde geführt, wie dieser Prinz Heinrich XIII. Und übrigens nach dem Scheitern seiner Mission war der Springer dann ziemlich sauer, vor allem auf die Sowjetunion und hat ab da die als Reich des Bösen bekämpfen lassen mit seinen Zeitungen, genauso wie die DDR, die für ihn halt der Vasallenstaat der Sowjetunion war. Aber bis dahin hat er eigentlich im Grunde etwas Ähnliches versucht, wie der Prinz Heinrich XIII. Was man jetzt über die Zeit damals und die Zeit heute lernen kann, hat mit diesem Geplänkel, was die zwei da gemacht haben mit Ost und West und Friedensvertrag, eigentlich wenig zu tun, sondern mehr mit den Reaktionen drauf. Weil den Prinz Heinrich, den XIII, man muss übrigens immer mal wieder betonen, es gibt in Deutschland keinen Adel mehr offiziell, also die Bezeichnung Prinz ist höchstens ein Markenname, aber offiziell nicht gültig, egal. Den Prinz Heinrich jedenfalls hat man jetzt eingesperrt wegen Umsturzpläne, weil er mit Ost und West einen Friedensvertrag und sowas unter Unabhängigkeit herbeiführen wollte, während über Axel Springers Besuch damals im Bundestag dann diskutiert wurde und Axel Springer, der mächtigste Zeitungsverleger und Medienboss in ganz Deutschland, kann man sagen, wurde und bis zu seinem Tod blieb. Ich möchte bei meinen, nun ja, der eine ist ein vernünftiger Mann und was wir jetzt vor uns haben, ist halt ein Kasperl. Ja, es kann schon sein, dass der Prinz Heinrich sich für einen möglichen Kaiser hält und da halt seine reichsbürgerlichen Spinnereien anhängt. Da muss man aber natürlich dazu sagen, der Herr Springer war ja auch ein eben ein zertifizierter Nazi, nicht nur, sondern es ist belegt, dass er sich 1957, also kurz vor seiner Reise nach Moskau, für den wiedergeborenen Messias, Jesus Christus, gehalten hat. Ganz offiziell, der wurde damals auch mal zur Erholung dann geschickt in irgendeine Villa, die er irgendwo gehabt hat. Also möglicherweise sind oder waren die beiden auch geistig gar nicht so weit voneinander entfernt. Aber wie gesagt, über die zwei Figuren braucht man nicht reden und über die braucht man eigentlich auch nichts lernen. Wir lernen höchstens was draus über unsere Zeit und ihren Umgang mit solchen Phänomenen im Vergleich zu der damaligen Zeit und deren Umgang mit solchen Phänomenen. Und ich weiß jetzt nicht genau, was man daraus lernt. Da lernt jeder was anderes draus vielleicht. Aber es lohnt sich gelegentlich, über solche Parallelitäten einmal nachzudenken. Dir. Untertitelung im Auftrag des ZDF,